Jo, Robert! Du weißt ja nichts Besonderes. Kleine Fights gegen Leute aus der Gegend. Bist du dafür nicht, naja, zu alt? Ja, aber sollte man aufhören, Dinge auszuprobieren, nur weil man zu viele Geburtstage hinter sich hat? Ich finde nicht. Die Leute werden dich für verrückt halten. Was ist verrückt daran, wenn man voller Stolz sagen kann, ich komm zurück? Das ist dein übersteigertes Ego. Was willst du denn den Leuten beweisen, Pop? Beweisen? Hör zu. Ich denke schon lange nicht mehr so, wie andere Leute es von mir erwarten. Jeder muss das denken, was er denkt. Das tue ich. Ach ja? Gut. Aber du musst der Realität ins Auge sehen. Okay? Die Welt hat sich verändert. Es ändern sich nur die Klamotten. Ich verstehe wirklich nicht, was du von mir willst. Weißt du, ich will nur, dass wir zusammenstehen. Du weißt schon, wie ein Team. Egal, was es ist, was für eine Phase du gerade durchmachst. Es geht vorbei. Ja, vermutlich hast du recht. Irgendwann holt die Zeit jeden von uns ein. Vor allem, wenn man immer schön still steht. Hey, komm schon. Ich ruf dich morgen früh an. Ich ruf dich. Untertitelung. BR 2018